Wir waren bei den No-Goals. Ich habe vorhin versprochen mit dieser lustigen Werbung. Es gibt eine Werbung, da sitzen meine Kumpels und ich, vor dem Fernsehen, schaue mir die Werbung an und so an. Und sie entzückt. Und dann denken wir, das ist eine Werbung für ein Duschmittel. Und dann ist es aber für etwas völlig anderes. Nein, es ist für ein Duschmittel. Es ist einfach ein WC, das duscht. Ja, und zwar nicht unter den Armen, sondern unter den Armen. Hast du erzählt, du bist ja nicht so ein Tabu-Typ. Nein, überhaupt nicht. Zwischen den Füllenbacken. Ja, genau. Eiss Arsch. Ich meine, du bist schon mal auf so einem wirklich gehockt. Ja, es ist extrem angenehm. Du wirst es angenehm? Du wirst extrem süchtig. Vor allem, wenn du keinen Freund mehr hast. Gut, wir können die Sendung aufhören. Melanie Wieniger hat gesagt, wenn du keinen Freund mehr hast, wirst du süchtig nach strahlendes Arsch. Ich meine, nein. Wir haben es gut. Wir haben einen Aufgeil. Wir haben auch ein Mikrofon.